Hallo und willkommen zu einer Folge Minecraft Apollo. Ich denke, das ist die 12. Folge, ich denke. Ja, ich denke, das ist die 12. Folge. Oder die 13. Nee, die 12. Folge, genau. Und hier sieht man immer auch den schönen, klassischen Kopf von Topsi im Hintergrund. Und das Wounded-Schild, also das Besuch-Schild von Izzy hier. Und ich dachte gerade, ich habe hier irgendwie gerade, bin gerade runtergefallen, aber ich doch nicht. Und nämlich, heute, ihr habt mir in den Kommentaren geschrieben, baue unbedingt das Ding hier. Baue unbedingt den Coldbreaker, weil, ja, da kann ich Topsi in den Kisten aufbrechen von Topsi in den Hausti direkt da hinten. Und ja, genau. Erstmal will ich mal schauen, wie man den macht hier. Genau. Nehme ich hier so ein Crafting-Rezept nebenbei offen von dem Coldbreaker ist der. Das heißt, ich brauche, glaube ich, weiß jetzt nicht, wie viel genau, ich brauche Diamonds, Redstone, Dings und genau, wir brauchen Netherstar. Ich habe ja geschrieben, weil ich den Wither gekillt habe. Warte, habe ich eigentlich jetzt zwei Craften, oder? Äh, war ja gerade draußen, ja. Egal. So, ist jetzt in der Mitte da. Ich brauche noch zuerst Redstone-Fucking. Ich glaube, ich brauche nicht mehr zwei einfach. So, bam, bam. Und so, das heißt, äh, es ist irgendwie da, da, Dings. Da, nachher Gold, Gold, Diamanten, Diamanten. Da, und Witherstern. Hey, es funktioniert nicht? Achso, lol. Das, okay, äh, das muss so vertauschen. Sorry, sorry, sorry. Okay, dann mache ich das gleich zweimal. Nice, nice, nice. So, dann kommen wir endlich D.I. zuerst wieder zurück. Und ich habe mir überlegt, dass wir gleich irgendwie so ein, äh, Dings hier, äh, Okay, warte mal, jetzt fehlt noch Redstone-Touch. Okay, dass wir hier, äh, so eine Art Dings machen. Dass wir so eine Art, äh, wie heißt das? Warte mal, so, so, so. So, genau, ähm, ja, wir haben richtig viel. Ich habe, ich habe ja 30 Spiele von Tops Stink, nämlich. Aber ich kann mir jetzt zeigen hier. Hier habe ich zum Beispiel so ein Tops Stink von Janina Craft gemalt. Und genau, und das, das werde ich hier die ganze Zeit aufhängen jetzt überall. So, ähm, hier habe ich noch Pfeile, kann ich mich mitnehmen. So, aber ich habe eigentlich noch die, die Holy Arrows. Genau, ich kann mich jetzt, ich gehe jetzt eigentlich zum Dings. Und genau, mit den Key Penels, die kann man nämlich, die Chests, kann man nicht verschieben. Und die kann man nicht, äh, mit Pisten verschieben. Und man kann dann nicht abbauen, ja, wenn man nicht, der Owner nicht ist. Und ich baue einfach vor Tops den Eingang, so, versteht ihr? Genau, aber ich habe jetzt, glaube ich, wie viel Geld habe ich? Ich habe 225, genau, ich mache, glaube ich, äh, 120 für drei Chunks, glaube ich. Ja, ich glaube, ich nehme drei Chunks mal, weil sonst wird es zu viel. Genau, äh, ich habe mal hier Quest, was kann ich noch machen? Genau, genau, ich wollte nämlich hier noch ein Blast Furnace machen. Nämlich habe ich ja Eisen, äh, oder Eisen habe ich, genau. So, ich war nämlich, äh, hier in der Dings, äh, in der Mine, weil ich farme nämlich, so. Das heißt, wie macht man den jetzt? Äh, mit einem Ofen. Oh, äh, hallo? Okay, äh, was auch immer das gerade war. Warte, ich baue kurz den Ofen ab, das heißt, äh, so. Hey, sind Geister. Äh, okay, äh, ich baue mal hier, so. So, und, äh, so denke ich. Ja, nice, okay. Jetzt haben wir den Dings. Jetzt müssen wir die ganze Kettenrüstung nehmen hier. Äh, so, 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 so. Und das Eisenschwert zu guter Letzt. Warte, ich habe den Helm nicht genommen, oder? Den Helm habe ich aufgesetzt, okay. Äh, so, und zu guter Letzt das Eisenschwert. Sollten wir die Quests eigentlich, die Schmied-Quests jetzt eigentlich auch haben? Habe ich? Tagged? Okay, ich habe eigentlich die ersten. Ja. Warte mal, Schaf. Bist du das? Ich mache mal kurz die Dings. Sekunde. Ja, hallo Schaf, hallo Schaf. Äh, Dings, äh, okay, ich brauche noch einen anderen Ofen und einen Anvil, okay. Ich brauche einen anderen Ofen und einen Anvil. Äh, noch einen Ofen, äh, denke ich. Okay, habe ich noch Dings, das und, äh, meinen gut geliebten. Muss ich mit dem Anvil denn? Oh nein, hat den Tobsen mitgenommen. Äh, Schaf hast du, was du dann anwill? Okay, dann können wir die Dings erst später machen. Ah, schade, okay. Dann platziere ich das mal hier hin. Oder ich mache einen eigenen Chess, glaube ich mal. Für das Ganze, äh, das ist hier. So, so, und die ganze Chainmail-Rüstung, die ganze Kettel-Rüstung hier. Für die Quest. Also, dann haben wir eigentlich die Quest auch schon. So, und so. Dann habe ich so. Ich glaube, das Dings will spielen, das ist das Schaf. So, dann gebe ich das schnell alles wieder rein, dass man, äh, inventar nicht unsortiert ist. So, ich wollte gerade hier wieder zugreifen, aber ich war gar kein Oben mehr, gell? Ich muss demnächst auch wieder mal, äh, Dings. Und hier, ja, ihr habt schon gesehen, es, ich habe ein Entschuldigungs- 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 Video, äh, gemacht, da. Das Entschuldigungs-Video, das ist genau so. Hallo, äh, getobst. So, nämlich, ich will das jetzt nicht wieder abspielen. Nämlich, äh, gibt es hier, äh, nämlich, äh, kommt da hier so eine über, 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 krasse Übersteuerung, ja. Ich bin echt, äh, gespannt, wenn Tops hier das, äh, Mindvip bekommt. Ich habe es nämlich auch so genannt. Ich will es jetzt nicht abspielen, sonst, äh, es sind eure Ohren kaputt, versteht ihr? Hallo, äh. Und, äh, oh, oh, nicht abspielen, nicht abspielen, so. Wenn ich jetzt nämlich runtergehe, ähm, steht da nämlich in die, äh, nicht in den Kommentaren hier. Steht genau hier, öffne nicht die Beschreibung. Wenn man aber auch die Beschreibung öffnet, show more, steht ja auch ganz, ne, Tops stinkt. Das ist maximal, äh, mehr kann man aber nicht. Und hier ist nochmal, das heißt, äh, Tops stinkt. Äh, wer hier die, den Link haben will, ich weiß nicht, ob ich den Link gerade habe. Äh, wer hier den Link, äh, haben will, äh, kann den einfach abtippen hier. Äh, äh, so, warte, ich schreibe sie, ich schreibe sie schnell auf, auf so ein, auf so ein, auf so ein Schild. Äh, oder, es ist einfach, ähm, so, ähm, ich poste einfach einen Link ran. Der Link, äh, tippt den ab hier, äh, warte, ich poste den hier. Äh, tippt den ab, wenn ihr irgendwie, äh, das Video sehen wollt, äh, und, äh, aber bitte macht das nicht, wenn ihr irgendwie, äh, wenn ihr irgendwie, äh, eure Ohren irgendwie noch, äh, wenn ihr Ohren noch braucht oder so. Und, äh, ja, wie gesagt, dann gehe ich jetzt einfach mal rüber. Also, äh, genau, ich wollte vorher noch zum Scharfstand hier nämlich, zu den guten Autos Scherberinio. Äh, oh, hier bist du. Äh, gib mir denken, ja, ach, weißt du, was geschafft, ich, ich gebe dir mein Gold, okay. Ich habe nämlich noch hier ein paar Dings hier, ein paar, äh, wo ist denn das, äh, genau, ein paar Goldnuckets. Weiß ich, das schafft ganz sicher nicht, äh, mit Goldnuckets unterscheiden, oder? Scharf? Äh, oh, hier bist du, hi. Äh, hier ist Goldnuckets, ich gebe dir mal hier ein paar, das, der, der nächsten ist, das nächste kriegst du, ähm, das nächste Mal, wenn ich herkomme, okay. Das Snack, ja, genau, das freut sich richtig. Äh, okay, dann gehe ich jetzt erstmal zur Mütze, nehme ich, äh, weil ich schaue jetzt erstmal noch, ähm, hier zum guten Autos, äh, ob ich noch irgendwas Dings machen kann. Äh, weiß da, äh, erreicht Level 10, nehmenskill, ich glaube, oh, ne, ich weiß nicht jetzt, genau, Iwas. Äh, 10, bin ich schon irgendwo, ich bin fast im Rennen Level 10, okay, jetzt muss ich noch ein bisschen rennen, auch bin ich schon Level 10, aber habe ich die Quest auch schon. Habe ich hier schon relativ, relativ viel. Alright, da brauche ich noch Krieger, äh, kill 25 Zombies. Schmied habe ich dann auch gleich, Händler und Team. Team muss ich, ich nehme wirklich demnächst, ich glaube, die nächste Folge nehme ich aber auch irgendwie mit Flo oder so. Schreibt unbedingt in den Kommentaren, mit wem ich aufnehmen soll. Und, äh, ja, so, dann gehe ich jetzt mal hier, jetzt ist auch der Troll von Izzy, äh, wo ich halt nicht drauf reingefallen bin. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal hier, äh, ich gebe, entschuldigen, muss wieder mal sollen. Äh, äh, dann gehe ich jetzt mal hier zum Dings. Äh, so, wie gesagt, ihr habt einen 30.Job, ich habe das, glaube ich, auch nicht hier offen, habe ich es offen? Ja genau, ihr habt einen 30.Job hier, äh, wie hier eingeblendet, äh, für saftlichen Fratzl-Merch. Und viele haben sich gewusst, dass sie einfach, äh, es gibt ja Fähne, Mäbchen und Handyhüllen. Viele haben sich gewusst, es gibt ja auch einfach einen Turmbeutel und einfach einen Rucksack für die, für die Schule, gell? Hier einfach einen Rucksack. Wenn ihr das wollt, unbedingt, ja, so, 30.Job auschecken, ist einfach beste Qualität. Und, äh, ja, so. Flo oder so, 44 Chanks, okay, ist ja Dings. Okay, ich kaufe mir jetzt erstmal, warte mal. Ich kaufe mir jetzt erstmal drei, das heißt, eins, zwei, drei für Toops. Und, äh, es heißt, eins, zwei, drei, ne, warte mal, äh, drei, es heißt, äh, ich habe jetzt, ich glaube, ich brauche 40, das heißt, ich kaufe genau, 6 mal 20, äh, ist, glaube ich, irgendwie 120, das heißt, ich habe da, okay, ich habe jetzt nur 105, das heißt, ich kaufe mir mal drei Chanks, äh, da kaufe ich ab von Toops her, so, eins, okay, es funktioniert nicht, oh, okay, ich kann eigentlich, glaube ich, irgendwie, äh, slash reload machen oder so, geht das? Äh, slash, ähm, äh, re, gibt es irgendwas, äh, slash, äh, load, slash, äh, reload, reload, ich weiß nicht, ja, ich glaube, ich muss halt wieder mal, äh, meine 20 Dollar hier in, äh, in das, in das Wasser schmissen, ja, äh, so, scheiß ich halt das Wasser, Leute, es geht, ja, ihr habt es in der anderen Folge geschrieben, es geht aber gerade nicht, die Commandbox, ich glaube, die, 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 die ist einfach buggy gerade, äh, okay, das heißt, ich habe jetzt noch, ähm, wieviel Dollar, brauche ich mir die restlichen einfach hier, äh, Dings, äh, kaufe ich mir zwei Chunks, glaube ich, einfach, oder obwohl, äh, ich kaufe, ich kaufe mir, ich kaufe mir, ich kaufe mir, oder wieviel kaufe ich mir, ich glaube, ich kaufe mir so drei Chunks, glaube ich, das heißt, eins, zwei, drei, äh, so, ich habe einmal, wups, ich habe einmal, ich habe einmal, einmal zu viel, oder habe ich? Ich glaube, ich habe einfach, ja, ich glaube, ich habe unumssichert einmal zu viel Gedingst, das heißt, ich weiß, äh, wieder zweimal, äh, zwei, zehn Dollar weg, äh, so, da habe ich vier Chunks, okay, nice, äh, darf ich dir keiner finden hier, äh, so, das heißt, ich habe vier Chunks und, äh, drei Chunks muss ich bei Tops abklamen, okay, das heißt, ich kann ja die, 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 Dings hier beginnen, also, ähm, zuerst mal muss ich hier mal, ich gehe mal hier zu Tops hin, ich glaube, Tops ist gerade nicht, äh, da, hoffentlich, ist noch wanted, und, okay, ich habe noch Pfeile von Dings, oh, was ist das da vorne? Okay, das ist nur so ein Pilz-Dings, habe ich schon gedacht, äh, alright, ähm, hoffentlich ist mit Tops nicht irgendeine Falle, dass ich komme, weil ich weiß nicht, ob er bedacht hat, dass ich halt irgendwie, äh, zurück zu ihm komme und, äh, Rache geben werde, also, dass es Rache gibt, okay, Team Ziegelstein, schau mal, was er geklappt hat, okay, das ist geklappt, ich muss mal hier hochgehen, weil ich muss mal wissen, wo seine Chests sind, ich glaube, der war, der war eh irgendwo hier, irgendwo über mir, was ist das, Wasser? Ist aber relativ gut gebaut, ist das jetzt dritter Stock oder da, ich glaube, der zweite, oder, stimmt's? Zweite? Oh, nee, äh, der erste? Nee, der dritte? Das ist irgendwie kompliziert hier, genau, der dritte war es, so, kann ich so machen? So, und, äh, da muss ich in den ersten, denke ich, ja, in den ersten, okay, äh, Leute, ähm, warte, ich muss jetzt da sein, nicht, dass hier da ist, okay, der Dings war ganz oben, okay, hier wissen wir noch von den letzten Folgen, dass hier, äh, hier ist ein Amboss, ich glaube, das, das ist ein Man-Amboss, äh, kann ich hier eigentlich den abbauen, kann ich? Oh, nein, okay, stimmt, das ist noch geklappt, ich glaube, ich bin jetzt, bin ich gerade level up, wann? Oh, nein, ich bin nicht level 9, okay, hier sind die Chests, nämlich hier, die im Codes, okay, ich entklaim mal, warte mal, entklaim ich, genau, hier wollte ich nämlich im Gang, wollte ich, äh, das ganze Sachen aufhängen, hier sind nämlich, äh, Dings, Fan hat, hier, überall, wo Flo Stink steht, mach ich Tup Stinkchen, aber vorher erst mal, ähm, warte, ich wollte noch ein Backpack craften, Backpack, äh, was kostet ein Packpack Quark, äh, ich weiß nicht, wie man ein Packpackchen ercraften kann, äh, ich kann vielleicht den Zeiss nachher fragen, ob die mir ein Packpack gibt, ähm, für irgendeine Aufgabe oder so, alright, genau, so, das heißt, ich entklaim erst mal hier, genau da, wo ich stehe, das sind nämlich die Chests, entklaim ich, genau, so, äh, warte, äh, geht das, claim ich, schau, das heißt, ich entklaim den hier, man darf hier nicht reinklemmen, entklaim ich den hier, ohne, geht's nicht, hä, äh, ohne, jetzt hab ich das geclamed, okay, ich hab's herausgefunden, man muss hier nämlich einen Knopf drücken, hier, genau da, muss man hier so einen Knopf drücken, sonst hab ich unabsichtlich das gemacht, so, ähm, und, äh, so, nice entklaim, jetzt entklaim ich doch die, äh, dieses Dings, äh, ich hab schräg, darf man schräg klemmen? Ich weiß nicht. Äh, ich werde mich, genau, den Knopf drücken müssen, okay, passt, äh, das heißt, ich kann jetzt eigentlich hier, weil das jetzt, äh, Wildness ist, sollte eigentlich jetzt Wildness sein, hier gleich wieder, ja, genau, das ist jetzt Wildness, glaub ich, ja, genau, Wildness, das heißt, ich kann jetzt theoretisch, äh, mal hier den CodeLocker probieren, und ja, okay, einer, einer funktioniert mehrmals, okay, nice, äh, das heißt, ich mach mal die ganzen Sachen, oh, hi, Schaf hier, äh, Leute, ich hab wirklich meine ganzen Sachen mitgenommen, so, ich nehm mal die ganzen Sachen mit, äh, so, Backpack, heavy, äh, why nobody, ja, ich nehm mal den Backpack auch mit, so, sieh top so an den Sachen, so, so, da, äh, FireSpec, magischer Apfel, ich hab sogar die ganzen Dings mitgenommen, gell, so, nein, Schaf, nicht aufsammeln, böse, gehen wir das wieder zurück, Schaf, Schaf, böse, äh, bitte, äh, ja, Schaf, bitte, ich hab volles Inventar, kannst du irgendwie, oder wollen wir, goldene Apfel, äh, so, ich werfe das gerade neu hier raus, ich glaube, das ist noch mein Amboss, das heißt, dann brauche ich einen anderen nicht, ich kann Wither, ja, kann ich auch noch mitnehmen, eins, äh, ja, das kann ich noch, ich kann mir noch einen goldenen Apfel hier ausbauen, von, von den guten alten Zoops, ja, hier, dann ist das auch noch meins, und dann ist das auch noch meins, und das ist auch noch, und, äh, holy water, ja, was das ist, das ist auch noch meins, und, äh, ohlala, hast du gerade sortiert, Schaf, oh nein, jetzt hab ich, hä, äh, hab ich jetzt meinen ganzen, hä, hab ich jetzt meine ganzen Sachen hier reingelegt, oh nein, äh, ich hab meine ganzen, oh nein, meine ganzen Sachen sind jetzt unsortiert, äh, warte mal, wo sind meine ganzen Sachen, da, 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 äh, ich nehme so ein bisschen was mit hier, so, Mystique, das war auch meins, so, 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 äh, so, ein goldener Apfel, äh, für mich, und da, und da, und da, äh, so, das kann auch noch mehr, mir, äh, mein Pad kann auch noch mehr, entschuldigung, das Video gebe ich einen extra Rennen, Wallet, so, das ist alles meins, äh, nein, es ist schon wieder, hä? Oh nein, so, machen wir den ganzen Stuff hier raus, das wichtige Stuff gebe ich hier rein, also, ein bisschen buggy, glaube ich, hier, äh, so, dann nehme ich das ganze Holz mit, so, 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 äh, so, Brief, das war auch noch von mir, weißt du, warum Tops ist mit einem Brief vom Gott, das gibt, äh, so, ich nehme auch gleich alles mit hier, ähm, so, bam, 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 und Mystique auch noch, äh, so, und so, und so, und so, ich glaube, das war eigentlich alles hier, das heißt, Packpack liegt hier irgendwo am Boden, oh, loll, das leckt ja gerade ein bisschen, äh, okay, wo ist der Backpack, hier soll es nämlich irgendwann ein Packpack geben, ich weiß nicht, ob das genau Topsin Packpack eigentlich ist, äh, Topsin Packpack, aber loll, ich habe richtig viel Diers, gell, äh, genau, Packpack, sind da irgendwelche Sachen drinnen, äh, one on body, kann man das irgendwie raufgeben, äh, hier irgendwo, äh, kann ich darauf geben, Packpack, 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 äh, wenn ein Party, okay, äh, scharf hast du ein Packpack, kannst du irgendwie Packpack, äh, auch hier auch noch Sachen, guck mal rein Packpack, ding, scharf, kannst du irgendwie, oh, loll, ne, in der Chest, stimmt, ich kann es denn, in der Ender Chest geben, äh, hast du ein Packpack, der Schaf, aber ich gebe es ja erstmal, bevor ihr irgendwas, äh, Dings dir, in die Ender Chest, das Wichtige, das ziehe ich nachher raus, so, äh, okay, äh, das heißt hier, so, und, okay, das Wichtigste, das ziehe ich mir jetzt raus, so, da und da, okay, ähm, alright, so, nein, nicht Scharf, oh, ja, ja, Scharf, äh, Dings, hast du ein Packpack, Scharf, zufällig dabei, halt, die im Leben an der alte Schafen, Packpack, oder, Scharf hast du einen Rucksack, Packpack, äh, Pack, verstehst du, Packpack, hast du sowas, Scharf, sowas, okay, dann musst du wieder einen Zeus anbeten, Herr Heiliger Zeus, äh, bitte, äh, kommen Sie zu mir, warte, ich mach jetzt noch ein Chest hier, wo ich das Ganze reinleg, mein Stuff, äh, das heißt, so, so, bam, 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 alright, so, das heißt, ich hab hier erstmal, äh, äh, hier vorgesorgt, okay, äh, Herr Heiliger, Heiliger Zeus, äh, bitte komm zu mir, Herr Heiliger Zeus, äh, bitte kommen Sie zu mir, Herr Heiliger Zeus, äh, ich bin jetzt hier an, ich brauche einen Rucksack, oh, Tatsache, er kommt wirklich, weiß nicht genau, wo er gerade gekommen ist, ich glaube, der ist am, umgekommen, so ist, äh, ich brauche hier nur einen Rucksack, ja, einen, äh, nur für das Tragen hier der Sachen, hier hat nämlich, äh, warte mal, gibt's hier irgendwo Essen, aber der hat ja richtig viel Stuff, was ist denn das, ja, Molten Essence, kann ich nicht, was Essence ist, boah, ich seh'n's, jomei, so, ähm, nehm, ne, ich, er hat auch Crystals und sowas, er hat richtig viel Stuff, gell, okay, er hat auch Eisen, ich nehm mir dafür auch noch einen halben Stack Eisen weg, weil, tups, ja, der Lift steckt, wirklich, oh, ne, warte mal, sag ich, der ist stecken geblieben, oder, oh, nein, jetzt hab ich auch kein Essen mehr, äh, wo steckt der Lift denn bitte, hallo, mal lesen irgendwelchen Namen, okay, äh, der Lift steckt, steckt der wirklich, oh, ne, da ist er, ne, du bist einfach zu dumm, so, du musst einfach eins drücken, schau, der Lift steckt nicht, oh, no, Bugs, empfies, ja, äh, Dings, ja, der, der Lift ist von Tops gebaut, ja, von den glatzköpfigen, äh, Typen hier am Spock, äh, ja, hast du irgendwie Essen und hast du irgendwie, äh, Dings hier, ein, äh, äh, ein Backpack, das wäre nämlich relativ nutzvoll, ich weiß nicht, wie man ein Packpack anwendet, oder wie man den reingibt, äh, wo gibt man den rein, ich glaub hier oder so, äh, Packpack, äh, hast du Essen für mich? Leider gerade nicht, obwohl, ja, weißt du was, hier ist ein Golden Apfel, äh, was heißt, hier, hier ist ein Golden Apfel, ja, das ist ein sonderbares Essen, das ist ein Burger, stell dir vor, das ist ein Burger, verstehst du? Ja, versteht, äh, oh, hä, oh, okay, äh, Dings, äh, ja, äh, du sollst, äh, genau, äh, kannst du mir irgendwie ein Backpack geben, hast du ein Backpack, oder irgendwas, wo ich das mitnehmen kann, weil das leider voll hier, weil hier hast du Essen, hier hab ich noch was für Essen, ja, gib mir für das Essen Backpack, okay, Deal? 100 Prozent, ja, 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 Deal, 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 okay, so, äh, das heißt, das sind die wichtigsten Sachen, ich glaub ich muss einfach zweimal gehen hier auch, ähm, oder einfach mehrmals gehen, aber bevor ich noch gehe hier, muss ich nämlich noch, ähm, Dings machen, okay, hast du einen Rucksack? Ich überleg grad, wie man den Rucksack anwendet, ich mach mal seinen Rucksack hier, und schau irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wie man den anwendet, so, kann man irgendwie reingeben, oder, oh, ne, hab ich nicht, hä, wie geht man denn rein hier, Bubble Jam, ihr geht mir nirgends so rein, oder, ne, weißt du, wenn man den Backpack reingibt, hm, äh, oder einfach am Rücken, gell, okay, wie kann ich jetzt, oh, doch, okay, ich hab ihn, ähm, alles gut, okay, ich hab mein Geld von Tops gestohlen, jawohl, hey, so, äh, bam, 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 äh, bam, 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 es kann alles mir hier, also, keine Sorge, ich stehle nicht wirklich von Tops, nur ein bisschen was, ja, weil Tops, äh, von mir auch gestohlen hat, okay, äh, das heißt, äh, gebe ich jetzt, äh, schau ich noch, was hier noch ist, oh nein, ich, meine ganzen Sachen sind da, ich hatte sowieso keinen, okay, äh, ja, tschüss, äh, Gott, ja, äh, so, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig, und hier ist noch relativ viel Wichtiges dabei, ähm, so, kann ich noch irgendwas mit den, äh, Dings reinlegen, die kann ich, glaub ich, nicht, doch, die kann ich auch reinlegen, so, alles, was geht hier rein, und, äh, mein Pad, das Entschuldigungsvideo, der Lift ist kaputt, okay, ähm, dann mach ich ja schnell ein Dings, äh, ja, keine Ahnung, flieg einfach weg, bis jetzt zweifel, bis jetzt, so, dann mach ich da, äh, bam, und so, und dann mach ich so, und ich muss mir auch mal den, äh, Packpack besorgen, mein Packpack bringe ich ihm wieder zurück, keine Sorge, Leute, und bitte habt, äh, keinen Hass hier auf andere Leute von Apollo, sie hat nur ein Troll, äh, alles gut hier, ähm, so, äh, bam, 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 Leute, mach mal Table, gell, hab grad irgendwie Table gemacht, okay, so, ähm, Entschuldigung, Tops, okay, äh, MFG, so wie er geschrieben habt, MFG, äh, Julian, mit vielen, mit freundlichen Grüßen, Julian, so, Tops stinkt, okay, ähm, also, da gebe ich jetzt mein Entschuldigungsvideo rein, okay, so, es heißt, ähm, hier sind noch ein paar Sachen drinnen, ich nehme, glaube ich, das Nötigste, mit hier, äh, das ist zum Beispiel das Holz, ich gebe hier wieder rein, also, ich glaube, das Holz schmeiße ich einfach weg, das Gold, kann ja auch wieder, äh, hier irgendwann machen, äh, okay, was hat er denn noch, äh, was hab ich gerade unwichtiges, ähm, dabei, ich könnte hier, äh, 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 ich glaube, ich gehe noch zweimal, glaube ich, oder, ich glaube, ich gehe noch zweimal hier, wenn ein Packpack voll ist, und es ist ja alles voll ist, ähm, so, dann gehe ich, glaube ich, einfach zweimal, ja, ich, ich gehe jetzt erst mal nach Hause, und keine Angst, Leute, äh, ich gehe jetzt erst mal nach Hause, ich glaube, ich kann eh hier rüberfliegen, äh, und keine Angst, Leute, äh, ich komme wieder, okay, das ist ja, und ich mache auch noch, auch noch die ganzen Dings hier, nämlich, die ganzen, äh, äh, Bilder hier, okay, äh, ich muss erst mal alles hier ablagern, am besten mache ich das nachher gleich im Tower, äh, oder obwohl, ich mache das nach der Folge, okay, ich mache das Offscreen, das Umlagern, ja, äh, okay, da brauche ich Chess, 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 äh, äh, okay, ich mache jetzt erst mal vorübergehend hier in Chess, die ganzen Sachen reinlagern, äh, Mindpad, bam, 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 okay, das ist das Wichtigste, oh, yes, so, ich glaube, ich muss es sowieso noch einmal, äh, äh, selber einordnen, so, okay, das heißt, Magie, die ist auch wieder da, Magie, T-Share-Do, kann ich gleich die Quest auch abschließen, all right, so, das heißt, ich denke, fliege gleich wieder rüber, und, äh, du hast mein Gold schon gefunden, äh, nee, leider nicht, das war vom anderen Typen, äh, ja, ähm, ja, aber das bringe ich dir auch nicht nix, ja, weil ich habe auch vorbeflucht, wenn sie brechen, so, bam, 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 und bam, so, all right, habe ich das jetzt hier irgendwie auch, ja, hi, hi, Gott, äh, mache ich jetzt irgendwie auch, so, so, da sollte ich eigentlich nochmal gleich, jetzt finde ich nochmal gleich hier rüber, so, äh, und wer ist nicht der beste, johannister30.shop hier in, für den Saftigen Merch hier, und, äh, ja, äh, für Saftigen Franzi Merch, und, wie gesagt, wenn ihr hier irgendwie, ähm, stolzer Besitzer des Franzi Merchers seid, und wir bei johannister30.00, äh, oder johannister30-official bei Instagram und bei Twitter hier, ähm, einfach taggen, und dann seid ihr im nächsten Video drinnen, also, ich habe bisher noch, bisher hat noch keiner hier, äh, ein Bild geschickt in den Franzi Merch, also, ähm, seid ihr erste, und, äh, ja, so, es ist Kohle, so, bam, 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 all right, ich weiß jetzt nicht, ob der Enderchest ihm gehört hat, aber ich habe den mal platziert hier, äh, weil ich habe eh Silk Touch, gell, aber, das heißt, wenn ich eigentlich die, äh, eigentlich? Silk Touch? Tatsache, okay, wenn ich den Enderchest, kann ich wieder Dingsen, okay, ich weiß jetzt nicht genau, was da noch drin ist, weil ich habe ja noch den einen, also, zwei Dings, oh, geht's auf, oh, oh, Alter, auch Tatsache, jetzt geht's auf, okay, da ist nicht mehr, nicht mehr viel drinnen, weiß nicht, was ist hier noch drinnen, äh, 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 ich kann mal noch dort blaue Rune mitnehmen, äh, was kann man noch mitnehmen, äh, ja, eigentlich hat er gar nicht, eigentlich hat Toms gar nicht so viel, was sehe ich jetzt her, dann kann ich auch so drei mitnehmen, weil wir cool aussehen, äh, was hat er denn noch, zweit, vier, ja, ich nehme jetzt nicht so viel mit, ähm, Punch, zwei, also gut, dann, Luck of the Sea 3 ist auch richtig cool, okay, ähm, so, alright, der Störer der Welt, was, okay, ähm, so, 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 ähm, alright, das heißt, ich habe ja eigentlich alles jetzt, äh, erfolgreich, äh, gemacht hier, platziere ich noch ein Dings, äh, so, das schmeiße ich weg, und das schwert, glaube ich, könnte auch noch mir hier, dann nehme ich die Chests noch schnell und platziere die hier, warte mal, wo ist genau der Dings, ich glaube, man, warte mal, so, jetzt brauche ich die Tür zu, mach's, so, und so, jetzt mache ich ein Keylock dran, und, nice, okay, es funktioniert, Leute, oder kann ich die abbauen, ich glaube nicht, aber, ich glaube nicht, dass ich die abbauen kann, äh, okay, Keypanel, okay, wie machen wir, wir machen da jetzt genau so ein Dings, warte, wenn ich jetzt abbauen, noch mal hin platziere, okay, das geht runter, okay, das Keypanel, äh, warte, so, wie funktioniert das, ähm, Keypanel, Code, okay, ich mache ein Code, okay, warte, ich mache kurz so, äh, dass ich nicht zählt, was ich für ein Code verwende, okay, ähm, äh, so, ich habe nämlich einen sehr coolen Code, Sekunde, äh, so, muss ich den Code ausdenken, all right, so, warte, noch ein Screenshot, dass ich hier das nicht vergesse, ähm, so, und, so, und, so, das heißt, ich habe den Code hier, save and continue, äh, nice, das heißt, eigentlich sollte man den hier nicht, warte, ich verschiebe, ich verschiebe das Video wieder gerade, so, eigentlich sollte man, äh, das Ding jetzt nicht mehr abbauen können, also, zumindest topsoll das Ding nicht mehr abbauen können, also, äh, weil ich kann topsolle Sachen, warte, ich muss mich kurz zugraben, äh, so, ähm, nämlich, topsolle kann man ja auch nicht abbauen, gell, man kann nicht abbauen, äh, okay, dann eigentlich erfolgreich gelöst hier mein Dings, das heißt, dann gehe ich nach vorne, ähm, macht, die, oh nein, habe ich die top, äh, ich habe sie, die topstinkt Dings, das heißt, ich gehe noch hier nach vorne, und, äh, replace die ganzen, ganzen Dings, äh, die ganzen Schilder mit, äh, topstinkt hier, und ich schreibe überall topstinkt hin, okay, äh, so, das heißt, ähm, ich mache jetzt hier einfach, äh, so, irgendwie mit denen, äh, so, ich weiß nicht, ich glaube, ich mache einfach, so, baue die einfach ab, so, äh, mit topstinkt, mit, äh, stolzen topstinkt, so, wie gesagt, gezeichnet hier von Janina Craft, so, und, so, und, so, es wird wahrscheinlich wieder so eine 30 Minuten Folge gefühlt, und, so, dann replace ich das, aber, äh, der, äh, ist der Einbruchwert, ja, ich habe meine ganzen Sachen wieder, und das war, äh, ist eigentlich das Wichtigste, aber, ich bin echt gefallen, ob es ihnen auffällt, und oben mache ich, glaube ich, auch noch überall topstinkt hin, weil ich habe noch ein paar Schilder hier von topstinkt, äh, weil ich mache noch so, glaube ich, das heißt, ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf, äh, in die Richtung, und fünf hoch, so, äh, da mache ich noch so, dann mache ich da auch noch vier, also fünf in die eine Richtung, fünf in die andere, andere Richtungen, so, und genau, so, das heißt, äh, dass jeder hier weiß, äh, dass topstinkt, wenn, mip, okay, ich glaube, mip ist der eine Typ von topstinkt hier, dann mache ich hier noch, ähm, nehme ich was ganz cooles, so, jetzt mache ich so, Leute, so, warte, 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 so, jetzt mache ich, ähm, äh, 30, und, hallo, Baby-Scharf, und, 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 und nochmal 30, so, und, Leute, wie groß ist das, okay, ich mache vielleicht noch ein bisschen größer, ähm, 50 und 50, ich glaube, das funktioniert, Leute, oh mein Gott, okay, warte, ich muss das, muss ein bisschen anders machen, auf, 50 mal 50 ist gut, okay, das heißt, ich muss das hier irgendwie, ähm, ich glaube, ich platziere es einfach, oh, Schaf, ich glaube, es hat gerade runtergesprungen, okay, ich, äh, ich platziere es auf, am Dach oben, äh, nämlich, äh, sieht man das Meer, das ist einfach, jeder sieht das topstinkt, oh mein, so, okay, hier ist noch geclaimt, das heißt, hier irgendwo soll gleich Wilderness sein, so, das heißt Wilderness, so, äh, das heißt, ich platziere es hier, und, ähm, kann, glaube ich, hoffentlich auch darauf zugreifen, genau, ich kann darauf zugreifen, das heißt, hier 50 mal 50 Blöcke, äh, das heißt, es geht hier eigentlich überall hoch, und, oh mein Gott, ich hoffe, es sieht man überall, oder soll ich noch 60 machen, ich glaube, ich mache 60, okay, ich mache 60, mal, äh, 60 hier, oh mein Gott, okay, äh, okay, das ist wieder mal ein erfolgreicher Troll hier gewesen, so, mach ich hier auch noch, oh, äh, okay, das ist hier gerade durchgepackt, äh, ne, hier ist, glaube ich, Dings, gell, das ist, glaube ich, äh, geklebtes Gebiet, und, äh, ich glaube, ich mache hier auch noch, das heißt, äh, 3 hoch, 3 hoch, warte mal, oh, ich habe es im Fall, ich habe im Fall schon platziert, so, äh, oh nein, oh, warte, hier habe ich den 9, genau, so, äh, das heißt, so, und so, das heißt, äh, 3 hoch, glaube ich, und, sag mal, 50 lang, oder habe ich es genau, ja, ich habe es genau umgekehrt gemacht, 3 hoch, und, äh, hier, äh, sag mal, 40 in die eine Richtung, nein, das hat funktioniert, ich warte, vielleicht nehme ich doch noch 35, okay, es geht, es funktioniert, Leute, es funktioniert, mein Plan geht auf, okay, ähm, so, jetzt platziere ich mich da, keine Ahnung, ich gebe, ich gebe ihnen die ganzen leeren Schilder hier in einen Chest hier, dass er das wieder kriegt, so, so, all right, warte mal, hier ist Wilderness, warte mal, wo ist die Zielgestellung wieder, ich schreibe hier auch noch, ich schreibe hier auch drauf, warte, kann ich hier draufschreiben, nein, hier ist wieder geclaimt, okay, das ist dumm, ja, okay, hier kann man nicht draufschreiben, schade, 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 ich höre es ja einfach Papierkopp, die koppelst du dann hier, und, äh, ja, warte, wo ist hier wieder Wilderness, ich glaube, hier irgendwo, äh, das heißt, hier, die Picture Frames, und jetzt würde ich auch sagen, dass hier, auch wenn wir nach Hause gehen, hier hat er nichts Besonderes, äh, gar nicht so viele Sachen, gell, äh, so, die chest, äh, die, das Haus ist einfach erfolgreich, auch hier Dings, ich nehme noch ein bisschen Lemonid hier, äh, mit, ich meine, warum, warum nicht, ja, geht auch immer, ja, so, äh, dann will ich jetzt auch, äh, ich jetzt auch schnell hier aufs Dach, und den, äh, genau, den Rucksack wollte ich noch zurückgeben, äh, so, weil ich so ein fairer Mensch bin, äh, so ein Bagbag, Baggery Dinos, äh, ähm, und, bam, der Rest ist eigentlich uninteressant für mich, äh, 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 den besten Stuff habe ich eigentlich, aber richtig cool, so, ich gehe jetzt noch mal hier hoch, ähm, in Dings, ich hoffe, der erwartet nichts, oh, gehst du, okay, ich glaube, das ist Buggy, äh, ich dichte, dass er Toys doch irgendwie den Aufzug kaputt gemacht hat, hoffentlich nicht, äh, okay, ich gehe jetzt mal, bin nach Hause, äh, aber Tops hat ja auch ein Riesenhaus, aber da, da muss ich wirklich Tops, äh, Props geben, äh, das hat sich dann auch mega nice aus, hier sieht man einfach, ich meine, das ist nicht zu übersehen, Leute, das ist echt nicht zu übersehen, oh my gut, okay, ich, 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 ich freue mich echt, wenn Tops was rausfindet, ich bin echt auf so ein Video gespannt, okay, dann fühle ich jetzt noch mal zu, zu wieder raus, äh, und dann geht der Rest hier ein, und, äh, ja, dann würde ich auch noch mal sagen, und bisher hat noch keiner reagiert, ich glaube, ich brauche mir, äh, noch, noch schnell eine Mailbox, dass hier nämlich einer, ähm, wer, äh, mir ein, mehr oder weniger Brief schreiben kann, äh, dass wir, äh, also falls hier irgendwie, äh, wäre Interesse, Interesse, interessant, Interesse hat, äh, an Dings hier, an, äh, an Werbung, hier auf mein Dings, auf mein, ich sag ganzer Dings, äh, auf, äh, Tower, hier auf Werbung, ähm, so, jetzt eigentlich sollte ich eigentlich ganz ready sein, jetzt klebe ich noch schnell meine Blöcke hier, äh, alrighty-do, so, ich lage natürlich nächste Folge, keine Angst, Leute, und, ähm, oh, hi, Scharf, äh, genau, jetzt gebe ich noch schnell die Chunks hier, äh, die Changeridinos, so, äh, nämlich wollte ich mir erst mal den Chunk kleben, ich glaube, ich kann vier jetzt kleben, gell, eins, zwei, nach, drei, vier, würde ich sagen, das heißt, ich habe den eigentlich den kompletten Dings jetzt schon geclaimed, äh, okay, ist eigentlich relativ nice, und was ist denn Scharf, hast du wieder runter gegangen, oder, ja, hier ist es, halt Scharf, also du willst Gold, gell, ja, stimmt, ich hab dir versprochen, du willst Gold, äh, so, hier Gold, Redino, Gold, 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 wo ist denn das Gold, äh, Gold, Gold, äh, kriegst du Goldbahn, okay, weil du so, weil du so brav warst, wo ist denn das, hier, Goldbahn, nice, ja, hapa, hapa, ja, 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 okay, kannst du dann steigen, oh, wow, oh, oh, hast du Superkräfte bekommen, oh, ja, du bist super, okay, geh wieder rein, ähm, no, was ist das hier, hol die Kiste, oh, das ist, die da, die da, der Scharf lagert das einfach ein, wie cool, okay, ja, ich will jetzt auch noch hier in den Zauber hochgehen, und schau, wie viel ich jetzt wirklich geklappt, man sieht das einfach, oh mein Gott, okay, das ist echt der heftigste Troll überhaupt, okay, so, äh, genau, ich wollte heute nicht auch noch Quest hier claimen, ähm, nämlich, äh, Händler, 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 Abenteurer, genau, äh, ich wollte schauen, ob ich jetzt eigentlich hier, äh, Upgrade, also, ob ich, äh, Uplevel, genau, ich bin Level 10, das heißt, ich kann den Skill, also den Skill mit Level 10, äh, nicht Abenteurer, äh, Meister, äh, so, kann ich claimen, so, und, so, und genau, ich kann die anderen Quests auch noch machen, so, äh, jetzt haben wir wieder ein bisschen, äh, Geld hier, wir brauchen unbedingt Geld, ich hoffe, der Flo nimmt das mit der Werbung an, oder so, oder Flo, oder Topz, oder Izzy, ähm, ich hoffe, der, äh, die nehmen das an, hier, ähm, so, alright, das heißt, ich kann jetzt eigentlich, hier das claimen, oder, äh, 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 wo ist das, äh, beim Schmied, äh, rüste ich ordentlich aus, habe ich das? Also, warte mal, äh, soll ich, ich glaube, ich muss das Schwert in der Hand, in der Hand haben, und die, das, den Rest hier, Rüstung anhaben, denke ich, äh, eigentlich habe ich das, oh, ich kann es nicht claimen, und dann muss ich die craften, kann man Chain Meal Rüstung craften? Chain Meal, ja, kann man, wie craften man mit Chain, oder, mit, okay, ich weiß nicht, ob man es craften kann, oder nicht, oder ob es für die Quest geht, äh, genau, so, detect, ich hab's doch, ah, ne, äh, das Anvil brauche ich noch, gell, das Anvil, so, jetzt soll ich es haben, oder? Ich hab doch den Ofen und das Anvil, äh, und das Anvil hier, so, ein Ofen und das Anvil, okay, äh, wird es jetzt detektet? Ne, ich muss Flo mal fragen, warum es nicht detektet wird hier, äh, aber eigentlich sind wir schon relativ fertig hier mit den, mit den Dings, mit den, äh, ganzen, ähm, Quests hier, alright, so, ich hoffe, mich greift wirklich Tobst demnächst nicht mehr an, aber eigentlich, eigentlich sind ich und Tobst jetzt quitt, ja, wir könnten, äh, wir könnten Frieden bilden, okay, äh, wir könnten einfach wirklich jetzt, äh, sagen, Frieden erst mal, und, äh, ja, ich werde Tobst, ich werde Tobst, Tobst ist so ein Mensch, da lässt Niese irgendwas auf sich sitzen, und, okay, ich weiß jetzt nicht, okay, scharf es mir noten, ähm, oder ich weiß nicht, ob Tobst das eigentlich ist, aber ich bin zumindest so ein Mensch, da lässt nie irgendwas auf sich sitzen, äh, nämlich, äh, habe ich jetzt auch, okay, in der Box gekriegt, oh, Heroes, Bowshoes, Fire, Arrows, wie, oh mein Gott, 5% Teal Damage, ich weiß nicht, wie viel, oh mein Gott, okay, wie geil das ist, äh, ich glaube, wir haben einfach echt Glück hier, äh, so, Bogen, äh, Bogen, Bogen, genau, mit dem Ring, okay, wir brauchen ein Skill ab Level 15, okay, ist ja egal, äh, ja, dann würde ich jetzt auch sagen, das war's für die Folge, lasst unbedingt ein Like, ein Abo, da, wie, wie gesagt, ja, like ein Abo, da, äh, für mehr Minecraft, äh, Apollo, hier, wie gesagt, im Hintergrund auch doof sein, doof stinkt, ich hoffe, dass sie mir nur die komplette Map, wie gesagt, lasst ein Like ein Abo, da, und, äh, die wird die Glocke nicht gesehen, äh, 40% von euch haben, die, äh, haben mich nicht abonniert, unbedingt, äh, unter das Video den roten Knopf hier drücken, und den YouTube-Kanal zuerst erstellen, und, ähm, einfach, ich abonnieren, kostenlos, und, äh, ja, dann supportet mich, und, äh, ja, dann kommen wir viel bessere Videos, und, äh, das noch ein Like hier da, äh, dann kommen wir viel bessere Videos, das, äh, motiviert mich einfach viel mehr hier Videos, machen wir ein Like, und aktiviert die Glocke, ihr habt, ihr habt, ihr habt, ihr habt 50% voller, ich habe immer noch keine Glocke aktiviert, einfach die Glocke neben den roten Knopf hier, äh, abonnieren, oder unter dem Video drücken, und alle Benachrichtigungen anschalten, äh, dann, äh, bekommt ihr immer Benachrichtigungen, seid immer erst, wenn ihr, äh, wenn ein neues Video von mir hochkommt, wie gesagt, jonasda30.shop für Franzl zu sein, äh, cooles, saftiges, äh, Merch, ja, ähm, Federpenal, äh, Pulli, äh, eine Tasse, ein Pullover, äh, ein, äh, Federpenal, ein Pulli, eine Tasse, äh, ein Rucksack, alles mögliche, äh, Turn, äh, Turn, äh, Beutel hier, alles mögliche, jonasda30.shop, ja, sehr aktiviert die Glocke, ihr habt, ihr habt die Kommentare, äh, wenn ich als nächstes einbrechen soll, dann will ich sagen, tschauuuu. Und, uh, you know, with a lot of excitement, you know, how bad. Outro